Entschuldigung, ich suche ein Kaffee. Wo ist hier ein Kaffee? There's one at the end of the street. Es gibt eins am Ende der Straße. Es gibt eins am Ende der Straße. Is it near here? Is it near here? Ist das hier in der Nähe? It's probably 15 minutes away. Es ist ungefähr 15 Minuten entfernt. That's quite far. Das ist ziemlich weit. There's a supermarket over there if it helps. Es gibt dort drüben einen Supermarkt, wenn das hilft. Great! Where is it? Great! Where is it? Super! Wo ist er? Cross the street and turn left. It's on the corner. Überquere die Straße und biege dann nach links ein. Er ist an der Ecke. Überquere die Straße und biege dann nach links ein. Er ist an der Ecke. Überquere die Straße und biege dann nach links ein. Er ist an der Ecke. Die Straße und biege dann nach links ein. Er ist an der Ecke.